Leute, bevor das Video beginnt, wollt ihr aber noch gesagt haben, dass wir am Samstag, den 28. Juli, um 14 Uhr einen 12-Stunden-Stream machen. Deswegen stellt euch ein Wecker, 14 Uhr, diesen Samstag, 12-Stunden-Stream. Let's go, Leute, wir sehen uns am Samstag und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Hallo, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von meinem Kanal. Heute seht ihr hier, wir haben den Royal Bomber, Leute. Let's go, auf jeden Fall habe ich mir die Playstation 4 im Fortnite-Bundle geholt. Ich möchte euch heute etwas erzählen. Und zwar könnt ihr kostenlos den Royal Bomber gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, einfach unten in der Videobeschreibung der zweite Link anklicken. Und zwar werde ich eine Playstation 4 im Fortnite-Bundle verlosen. Und wenn ihr das Video hier seht, könnt ihr euch auch immer noch einen Skin von meinem Fortnite-Spin aussuchen. Ich habe jetzt insgesamt über 100 Skins und sucht euch auf jeden Fall einen raus. So, ganz wichtig, Leute, wir fangen mal an. Wir haben jetzt, ich glaube, 101 Skin oder so im Spin, können wir gleich nochmal nachziehen. Auf jeden Fall werde ich jetzt jeden Skin nochmal vorzeigen und euch nochmal vorstellen. Auf jeden Fall haben wir den Skiprofi, dann haben wir den High-Skin, Bisiger Taucher, dann haben wir den Carbide-Skin, Kriterion, Der Besucher, Senseman, John Wick, dann haben wir den Dino-Kommando, Drift. Auf jeden Fall, Leute, würde es mich natürlich auch freuen, wenn ihr auf dem Video hier einen Daumen nach oben da lasst für die Aktion. Immer noch ist die Skin-Verlosung so für meine Abonnenten. Und immer noch, Leute, ihr müsst das Video einfach nur mit euren Freunden teilen. Würde mich mega, mega freuen. Und eigentlich müsst ihr einen Kommentar schreiben. Schreibt gerne einen Kommentar unter diesem Video hier. Würde mich mega, mega freuen. Dann der zweite, dunkler Reißender, dann Fate haben wir hier noch, dann Flytrap, dann haben wir den Hawbock-Brawl, habe ich jetzt ausgewählt. Dann haben wir den Hawbock-Skin, dann haben wir noch den Himmelsjäger, dann haben wir den Ragnarök, Rabe, der Raven-Skin natürlich. Dann haben wir den Omen, Omega-Skin, Oblivion, Magnus. Und Leute, schreibt mal unten in die Kommentare, was euer Lieblings-Skin ist. Würde mich auch mal gerne interessieren. Wäre natürlich auch sehr, sehr cool. Auf jeden Fall ist es hier so ein kleines Update-Video, was denn jetzt mit der Playstation passiert. Dann haben wir noch hier auf jeden Fall die Liebesrange, Leviathan. Ich klicke jetzt einfach mal jeden durch. Raptor, Rote Ritterin, Schlachtenhund, Uweiler, Vertex, Wukong, Abo-Kommando, Abstract. Und auf jeden Fall ist es so ein kleines Update-Video, was denn jetzt in der Zukunft kommen wird. Aber auf jeden Fall wird jetzt wahrscheinlich die Tage mein erstes PS4-Video kommen auf meinem Kanal. Was bestimmt sehr, sehr witzig sein wird. Dann haben wir die Gefahrenagentin, Gaunerin, Funky-Kommando, Flügelmann, Feuerwerksbeauftragte, Farben-Kanonier, Elite-Agentin, Detektivin. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich für Fortnite insgesamt ausgeben habe. Aber ich glaube, das müssten jetzt so 1800 Euro sein. Bin ich mir uns sicher, aber somit sollte das circa sein. Dann haben wir den Kruppmann-Führer, Alunke. Ich freue mich auch schon auf das erste PS4-Video, Leute. Das wird bestimmt sehr, sehr witzig. Vielleicht streame ich dort auch auf jeden Fall das erste Mal. Ich werde auf jeden Fall versuchen, eine Runde zu spielen. Und schauen, wie ich mich dann so anstelle auf die Reaktion natürlich von dem Ganzen. Vielleicht wird das Ganze mit Facecam sein. Wäre auf jeden Fall auch ganz schön witzig anzusehen, denke ich mal. Und wäre auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Dann haben wir die Jägerin, Kriegsfalke, Langohrmaradeur, Missionsspezialist, Mundspaziergängerin, Rotstreifen, Rostmeister, Rook, Rambok, Plüschigerer, Baukin, Patronengurt, Neuer, Knight Rider, Royal Bamba. Aber Leute, wie gesagt, ihr könnt, wie gesagt, bei der Verlosung teilnehmen. Zweite liege das Zielbeschreibung. Teil die Verlosung mit euren Freunden. Wahrscheinlich wird es auch so sein, dass ich die Verlosung so mache, dass ich den Gewinner... Ähm, der Gewinner wird auf jeden Fall in dem Video bekannt geben. Aber Leute, ich werde vielleicht sogar den Gewinn persönlich vorbeibringen. Deswegen wird es wahrscheinlich auch eine... Wird es bestimmt witzig werden, denke ich mal. Dann haben wir hier die Schattenagentin, Schnüffler, Zorniger Retterin, Technik. Und ihr könnt auch unten in die Kommentare mal reinschreiben, wie viel Geld ihr denn für Fortnite schon ausgeben habt. Dann haben wir hier Toxin Trooper, Ventura, Wegbereiter, Zoe, Agile Ausputzerin, Arktis Assassinen, Bandit, Blauer Knappe, Chrom... Boah, das hört gar nicht mehr auf. Dreifach betrogen, Kopfballerer, Hyperion, Hackerin, Klitzernde, Streiterin, Flankiererin, Farbbomber, Dynamo, Dribbelprofi. Maskierter Zorn, Mittelfeldmeister, Raufbeulin, Royaler Ritter, Royaler Ritterin, Schaltkreiskiller, Schnorchelops, Spielmacherin, Spitzenstürmer, Kommando, Dschungelsperrin, Überlebenskünstler, Tolle Torschützin, Strahlender Stürmer, Stahlharz, Sprungwurf und Spitzname. Und jetzt die letzte Zeile. Lightshow, Nachtlicht, Patriotenrangerin, Patriotentrooper, Peitschnieb, Sergeant Grünklamm auch noch und Trooper und den Verwüster, Leute. Macht, wie gesagt, echt gerne bei der Verlosung mit, teilt die Verlosung mit euren Freunden, ganz wichtig. Und ich würde sagen, Leute, ihr seht jetzt noch gleich ein kleines Gameplay und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Könnt ihr reden, Super Racer und Keks? Keks? Ja, ich kann reden. Keks. Ja, was denn? Wie soll ich den denn nennen? Hä? Ja, Keks, nicht Keks. Keks? Nein, Keks. Keks? Hä? Junge, wer nennt sich denn selber Keks? Du? Ich bedrück, dass da ein Big Shit drin ist. Warte, mach, ne, die sagt ich eben, 2 Uhr, ich wach auf und sie flach. Oh! Leute, let's go, alle mal ein Herz dafür. Hä, für was? Ich hab prediktet, dass da ein Big Shit in der Truhe ist und da ist echt einer rausgekommen. Loll! Ja, die Prozent ist jetzt nicht so schwer, ne? Ich hab' sich keinen hopsen. Wen? Ich hab' ihn gehopst. Ähm, nein, der ist aus. Schon lange. Oh, er hopst sich auch! Oh mein Gott! Ich hab' ihn gehopst! Ja! Oder was? Oder Flynn? Flynn? Junge! Ey! Jungs, ich geh' gleich auf, Alter! Die hopst du nicht? Wolltest du hier alles schnaipen? Nein, okay, war alles cool. Okay, der fliegt erstmal nach Ausbegistan. Ausbegistan, Alter. Ausbegistan! Mark, gönn dir, gönn dir mal, wo du hinterfliegst. Warte, ich mach' auch. Mach' mal ganz hoch. Ja, Junge, reingeschissen. Guck' mal, Mark, jetzt, gönn dir. Nicht blocken, Jungs! Jo! Alter, der geht safe zur Monde wieder zurück. Überdenk' mal, du triffst damit ein und es macht damage. Haha! Das wär' voll cool! Ich geh' so auf'n Kopf, so. Tschüss! Ihr seid zu leise, Jungs! Hä, ne! Die anderen... So, assi! Ey, lach' nicht! Ohne Witz! Spaß! Leute, alle mal hopst hin und streamen. Hier ist es gar... Gold, ne? Mark, willst du die? Ja, ja, Gold. Willst du die? Jo, wenn ich die bekomm? Ja, dann komm' her. Hier leg' die. Warte, ich leg' die hier hin. Hier habt ihr viel was anderes Goldenes für dich. Ja, ich hier. Oh, das tut mir leid. Man, ich bin grad voll fies zu dir. Jo, jo. Ich weiß doch. Von gleich an zu weinen. Nachher krieg' ich Instant Karma mit der durch Geschmack eingeschissen, Alter. Sagst du? Au, ha, ho, ho, ho. Ohh! Oh, joh, joh, lo, joh! Oh, ho, ho, ho. Ah, kreise. Habs, habs, habs! Okay, Tilted! Komm mit, komm mit, komm mit, Jungs! Schnell! Oh bruh Mein Maus hat's grad Ultra-Griff erzogen Wo bist du denn hin? Er war reingeschissen Bam, bam Geschrien Geschrien Bam, bam, geschrien Ich hab grad Auge gehabt Wegen dem Rausch Nein Es kommen welche Läuber, treib mal, connect wieder so viel Okay, GT, alle meine GTs, die brennen Let's go Okay Nice, Luke, auf jeden Fall Da ist nur ein Gegner Da war ein Ben Oh, der Ben Und natürlich immer ein Health für den lieben Ben rein Mein Cannon, Jungs Oh, das war mein Ey, ey, ey Mein Jagdgeber Sorry, hab ich auch sehen getroppt Irgendwelche Sniper-Munition Ja, ja, ja Ich hab, ähm, Sniper-Moon Ich hab bestimmt noch Raketen Komm her Ja, ich hab Brockets hier Und zwar nicht viele, aber Und hier liegt genug Sniper-Moon Für die nächsten 10 Runden So Habt ihr, habt ihr Healing? Ich bin grad aus dem Ruder gesprungen Ja, ich hab Mini-Kick Okay, ja, ich hab Mini-Kick Nice, kommen wir da Ja, steck Ja Drop einfach Dankeschön Ist auch noch Mini? Puh Jo, würde ich auch nehmen Ai, ai, ai Kann ich dir auf Insta schreiben? Kannst du gerne machen Wo sind die Gegner? Jungs, hier ist ein Bounce-Pad für die es nicht wissen Loot-Pad Loot-Pad Äh, Loot-Pad Loot-Pad? Loot-Lake Ja, Loot-Lake Let's go Ai, ai, ai Leute, wir haben bald 0 Uhr Schreibt mal rein, wie viele Likes der Streamer Würde mich gerne mal interessieren Falls ihr neu da seid Liked gerne mal den Streamer, wenn euch gefällt Wäre mega cool Würde mich mega, mega supporten Direkt Luke-Lake drauf Warte gesniped Oh 216 Meter GG So, was gibt mir auch immer Abwein Ich hab ein GG Leute, ane meine GG in den Streamen Let's go, Jungs Noch 5 Gegner Ich gamm mir kurz die Mini und eine Big Shield Warte, hier ist noch ein Mini Die sind auf 60 Hier liegen noch Minis, weil es ihr braucht Legt ihr noch Medikit? Nee, wahrscheinlich nicht Ich leg noch eine Skar, wenn eine möchte Ähm, ich hab irgendwie meine Pump gerade weggeworfen Bro Wo liegt die denn? Ja, ja Aber die kannst du Behalt die, behalt die, behalt die Gönn dir Ich nehm... Oh, brah Weißt du Ich hab... Nein, ich will die nicht Chill Gönn dir Aber hast du noch Minis? Ja, ich brauch Ich hab nichts Oh Oh mein Gott Leute, habt ihr's gesehen? Mate, hast du noch Minis, der da bei mir stand? Keks? Nein Wusste ich doch Nochmal 5 Euro Gewinnst das Ding Oh mein Gott Captain Oh mein Gott Ich werde es sagen Für die Spende Über den Super Chat Leute, spenden mal alle Spaß Mit der F Leute, schreibt alle mein Herz rein Für die Spende Bei mir ist einer Oh, brah Falscher Hotkey Let's go, Hummus Ja Nice Wuh Leute, spenden alle mein Herz Let's go Und Sider Ui Mein erster epischer Sieg Echt jetzt? Ja Wie alt bist du? Wie alt bist du nochmal? Elf Elf Leute, wir haben Nice Mega cool Er ist einfach elf Mega cool company 婦 An can 저도 resepor da Columbus Po worthy ideas Of уй